hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft core zusammen mit dem blizzard hallo hallo und wie ihr vielleicht seht sind hier diverse experimente gelaufen hier ist eine garden glotsch und hier sind komische dinge wir haben uns nämlich gerade ausgerechnet was wir bauen müssen ich muss ja erstmal etwas erwähnen ich bin schon extrem müde und der pixel hat jetzt ungefähr eine stunde lang mit mir darüber diskutiert wie extrem wir übertreiben müssen ja das ist nicht fair aber wir ziehen es durch wir machen das jetzt ja also wir bauen compact machines und wir brauchen so ungefähr eine komplette compact machine voll mit garden glotches pro ressource ja ungefähr ungefähr und deshalb wollen wir uns heute mal um die compact maschinengeschichten kümmern wo wollen wir die denn hinbauen diese verkleinerungs geräte das ist eine gute frage also ich weiß es nicht keine ahnung wir könnten hier diesen unfall daneben den ich da gebaut habe und die einfach da drauf stehen okay und dann wollen wir zwei stück aufbauen ja ich weiß nur nicht sicher ob es ob es reicht von der größe her wenn wir unten und oben ein hin machen von der höhe her das sind fünf hoch müsste schon passen klar aber es hat extrem unpraktisch wenn es fünf hoch ist und wir fünf hoch bauen das könnte das könnte nervig werden aber das ist nicht so schlimm denn wir können ja pass mal auf ich kann das höher ziehen mit billigen tricks 1 2 3 4 naja nicht ganz viel aber lassen wir mal so stehen das war nicht ganz viel aber das muss natürlich oben gerade sein weil oben bauen wir dann drauf und dann bauen wir den genau das war mein plan ich bin ein holzfäller nur der baum der fällt nicht okay ich hätte jetzt den da benutzt genau aber ich wollte ich wollte es nur trennen damit man dann ja genau damit man es dann ja genau das solltest du den punch machen okay okay also wir sind baumfäller perfekt dann bauen wir uns mal ein paar zwei von den miniatur sierungs dinge ja genau reuchten wir kompakt weißt du wie die aufgebaut werden ja hast du die noch nie aufgebaut doch habe ich habe ich weiß nicht auswendig okay also naja den abstand kann ich dir auch nicht sagen aber es wird dargestellt ja genau weil den abstand den hätte ich jetzt nicht gewusst dass wie sie grob gebaut werden schon aber ja man ich habe ja nicht mal bücher ach so das hatte ich letztens schon mal dass ich bücher benötigt habe aber wer liest denn heutzutage schon bücher oh komm da testen wir das mal wer von euch liest bücher gleich mal in die kommentare schreiben das würde mich jetzt interessieren ja das würde mich auch interessieren ich selbst ich lese einfach nie bücher also wirklich nie wenn ich mein buch lese dann eigentlich gar nicht okay ich lese zumindest noch fachbücher ja ich ich habe mal chip hefte gelesen aber irgendwann hatte ich so einen hass auf die chip zeitschrift war einfach chip.de so schlecht geworden ist aber ich finde chip ist einfach so schlecht geworden und wenn du die programme dauernd und möchtest hauen sie dir nochmal 30 viren schutz ja okay das ist das größte problem 30 viren schutz 30 viren eher das ist einfach ganz komisch also ich weiß nicht die haben sich total verkauft ich habe diese miniaturization viel projektoren in ausreichender menge und wie bauen wir das jetzt auf von den von den abständen her ja genauso wie viele hast du gemacht 4 8 ach man ich habe jetzt auch hier gemacht okay wir können jetzt irgendwann noch mal eine ebene draufklatschen aber tricke einfach und stellen mal eins hin und dann machen wir rechtsklick war die antwort ist da so das ist der abstand wir müssen jetzt teile bis hier weil du das theoretisch noch größer machen könntest aber wir brauchen ja wir brauchen ja gar nicht größer genau allerdings ist die höhe jetzt nicht passend also das ist leider nicht richtig dargestellt weißt du wie es mit der höhe ist werden wir gleich sehen hoffe ich oder auch nicht immer die block misst okay würden wir es einfach mal auf irgendein podest setzen oder sowas in der form wird es jetzt mal ja ja ich würde es drei blöcke hoch machen ich halte den weg auch mein magnet du mal dein ding 123 ja okay wenn du das machst dann weiß nicht tun und 23 23 und dann im anderen ich glaube es war so richtig aber ich könnte mich auch irren also das sollte hoffen okay okay ja es würde hätte sogar zwei gereicht na fast misst ja ja oder wir müssten sogar zwei machen sonst ja genau sonst kann man nicht auf dem boden bauen okay dann noch mal so ja das geht schon klar okay jetzt passt also wir haben die erste das heißt darunter müssen wir noch mal eine plattform bauen und ich setze schon mal meine zwei hin und wenn wir nicht war das war natürlich okay sagt gerade so falsch aus wenn wir das haben dann dann müssten wir eigentlich nur noch am besten eine automatisierung machen weil das schwerste was wir jetzt noch machen müssen ist vor allem die compact machine wall und da ist die frage können wir das einfach automatisieren also block place ja kein thema aber red zone setzen ja und dann das was das red zone setzt darf er dann auch nicht in dem bereich sein ich glaube nicht dass das funktionieren wird du kannst es im grunde direkt daneben haben das muss nicht in der mitte sein deswegen das ist eigentlich möglich meinst du wie starte ich das noch mal ich habe es echt vergessen einfach red zone reinwerfen in diesen bereich aber von außen reinwerfen es gibt jetzt 16 cases ja wir müssen das viermal machen für eine compact machine das heißt wenn wir da jetzt mal eins rein schmeißen dann könnten wir das schon mal lösen okay oder auch nicht hä es wird nichts dargestellt kann man vergessen warum ja was auch nein wieso aber es gab doch auch es gab doch auch block place die davon ach so klar weil hier in dem bereich nichts stehen darf es gab doch noch plätze die entfernt gesetzt haben oder könnten wir das ja ein bilder kann das aber die frage ist halt ob es der aufwand wert ist denn wir haben jetzt gleich schon die erste compact machine ja okay stimmt das ist eigentlich gar nicht so viel wir bräuchten also insgesamt 9 18 27 28 28 compact machines müssen wir aufbauen genau aber jetzt fangen wir mal mit der ersten an oder die die maximum kostet allerdings 96 ja 98 genau wie viel hast du ich habe ein stack ich glaube das reicht das könnte etwas dauern wir können es jetzt so machen klar aber es muss doch es muss doch eine möglichkeit geben blöcke ist so zu setzen es wird es doch bestimmt was ganz einfaches geben laser come on hast du jetzt genug ja jetzt hätte ich genug soll ich mal aufbauen oder wie ja genau ich mach schon mal einen emerald block ready ähm wo ist denn meine mein unbreakable wand weil unbreakable wands sind die einzig wahren wands kannst du mir ganz kurz in die mitte ein podest hin machen ein podest mhm so und jetzt kannst du wieder weg bauen der muss in der luft schweben ja ich weiß dann machen wir das und dann machen wir das hier dicht jetzt muss auch eine enderperle drauf geworfen werden glaube ich ne du hast nicht auch noch welche übrig enderperlen nein nein ähm compact machine wars ich habe 96 uns fehlen da noch zwei nein gut dass wir eine zweite maschine hier unten haben ups ich äh hat sich schon gelohnt ich habe es gerade abgebaut oh man ok ja hat sich gelohnt bestimmt du hast nichts gesehen du weißt von nichts hey ist ja alles genau wie gerade eben ok ich bin gleich da ich habe es gleich ich habe es gleich ich habe es gleich ah danke deine unterstützung die hat es jetzt vollendet oder so so wir haben es gleich äh und jetzt eine enderperle drauf oder wartest du ja yes oh yeah und jetzt brauchen wir noch 27 weitere hm ok cool dann ja gut das ist dann glaube ich eine fleißarbeit die wir vielleicht offscreen machen ich denke auch das sollten wir nicht so machen ja also ich denke mal wir werden jetzt mal eine so exemplarisch einrichten ja das machen wir das heißt wir brauchen äh 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 warte ja warte warte wir brauchen 36 garden lodges pro pro compact machine ja äh hast du denn welche ich habe noch 5 stück im inventar die sollten wir automatisieren ich kann ich kann keine machen wieso ach man jetzt muss ich wieder kreosot oil nutzen und diesmal kriege ich wieder keinen Eimer ich hasse Bugs ich hasse es also hä ja diese Eimer die werden irgendwie nie gefüllt pass auf ich helfe dir mal ich fix mal deine deine äh deine Geschichte hier wo ist das wo wird das wo wird das kreosot oil hergestellt zeig es mir da unten äh hier unten also ich meine wo wird es verkraftet zu dem Holz Fluid Auto Filler der Fluid Auto Filler kann das doch äh ja und wo ist das Rezept das das mit dem Bucket dann macht irgendwo hä brauchen wir doch gar nicht der macht das doch automatisch nein ich meine das Holz achso das ist da drin gespeichert in irgendeinem Molekular Assembler oder? ja da haben wir es schon alles klar ich habe es rausgenommen pass auf komm mal her ja jetzt bin ich gespannt wo ist dein Fluid Crafter? der ist da unten da unten da ist ne ist der Fluid Auto Filler den Fluid Crafter meine ich achso hä benötige ich den noch? ich habe den noch nie verwendet glaube ich wir verwenden den jetzt Fluid habe ich den weggeschmissen? hattest du den nicht hier mal irgendwo stehen? ich bin der Meinung ich hatte einen ja ich bin mir auch ziemlich sicher dass du einen hattest ja der ist weg hä? wo? warum? Fluid oder ne Fluid Assembler heißt er achso da ist das Problem okay dann brauche ich jetzt ein Fluid Terminal dann muss ich mir erstmal dieses Ding machen dafür brauche ich erstmal normales Terminal das stelle ich mal kurz her hä? der Fluid Assembler ist doch nur ein Molekular Assembler und eine 1K Fluid Storage Komponent achso wolltest du jetzt den Fluid Assembler? ja ok ja den kann ich dir geben klar dann hier so und jetzt gib mir eine Stelle wo ich den hinstellen darf bei dir einfach unten äh unten irgendwo ankleben das geht schon klar so äh einfach ich will es nicht hässlich machen ok ich mach hässlich ok komm her jetzt zeig ich dir den krassen Trick jetzt bin ich gespannt also ich hab hier ja dieses Rezept ne mit dem Holz das ist Holz ja mit einem Creosite Bucket das Holz genau und jetzt lege ich das hier rein ja und jetzt müssen wir keine Buckets mehr befüllen das war's was? jetzt benutzt er die Flüssigkeit direkt aus dem System ach komm das sagst du mir jetzt? ja ich dachte ich hätte dir das schon mal gezeigt nein hast du nicht doch hab ich schon du hast ja nicht aufgepasst oh ich mach hier grade 451 Infinity Water Sources ah danke dafür mit ja das Rezept solltest du auch da unten reinlegen ja ich ich merk's ich merk's also das Ding ist eigentlich voll geil ja wenn man weiß wie es funktioniert dann ist es bestimmt gut oh man ok hast du überhaupt Creosite Oil noch? ne ja du hast ja gar kein Creosite Oil wozu? ja für für Treated Wood ach so warte mal Creosite du hast recht wo ist das? hä? hä ich dachte du kannst die du kannst die craften ich bin enttäuscht das Ding ist automatisiert aber ist offline och nein och nein du hast das Kabel abgemacht oder? nein das geht von selbst manchmal ab och man ja das Kabel geht von selbst manchmal ab ist klar kennst du das nicht? natürlich weil es den Besitzer nicht kennt das ist nur ein Modpack nur auf Multiplayer das hatte ich noch nie dann kannst du echt von Glück reden ich glaub die meisten Leute kennen dieses Problem wer das kennt auch in die Kommentare schreibt ja und wer es nicht kennt bitte auch in die Kommentare schreiben nein 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 doch 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 ok komm nehm ich hin macht ich mach ne ich mach ne Abstimmung oben rechts ins Eck klickt jetzt auf das i und dann wählt ihr das aus dankeschön ich hab Angst ja ok ich nehms voll in Kauf also jetzt wird das ganze weiterverarbeitet aber das heißt ich hab leider nicht so Reus oder aha und ich hab ich hab ich hab in dich belieft und das zum Thema wir wollten hier voll die krasse Automatisierung machen und nicht mal das klappt also ich mein wir haben voll die krasse Automatisierung hier aber die ist halt momentan noch ein bisschen wack die ist krass wack das auf jeden Fall ähm dann hast du die Compact Machine ja ich klau alles ähm möchtest du die Compact Machine vielleicht schon mal herbringen ja gib mir einen Moment ich mach gerade Eisenplatten und dann hast du die nicht automatisiert also 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 ich bin enttäuscht ich bin einfach nur enttäuscht hast du nicht in der letzten Folge selbst gesagt du hast die noch nicht automatisiert gehabt und dann musstest du die erst automatisieren aber ich hab sie dann immer vor ein paar Sekunden automatisiert oder hab ich das? nö ich hab sie immer noch nicht automatisiert ach so ich bin enttäuscht ja okay du bist zu Recht enttäuscht so das kommt davon also erst mich hin und dann sowas ähm genau du wolltest du was machst du? ja ich wollte zurückkommen aha tschüss ich mach mir jetzt ein schönes Leben ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall ähm ich komm ich automatisiere auf jeden Fall jetzt mal die Eisenplatten denn ich mach nicht denselben Fehler wie du ganz sicher ja ja das finde ich gut äh und wir machen hier so eine riesige Wand äh wie die Quantum Kompressoren hier daneben einfach ne? genau wir machen eine wunderschöne Wand da können wir dann richtig schön rankleben was da grad für ein Item gemacht wird und die Wand der Welten die Wand der Welten was? die Wand der Wundernden warum hab ich eine Overworld Cake gekriegt? ähm ich weiß es nicht vielleicht damit du wieder zurückfindest aber dafür hab ich doch das Shrinking Device wobei ich hab schon mal ich hab schon mal im anderen Projekt in einer Compact Machine aus Versehen das Shrinking Device in eine Trashcan geworfen und hätte ich keinen ME-Zugriff gehabt da drin dann wär ich dafür immer gefallen gewesen das wär voll cool warum? ich weiß nicht stell mir witzig vor ja für dich ist es sicher witzig dead and gone du hättest dich umbringen müssen geht das? aber wie? ja vor allem wie genau wie hättest du dich da umgebracht? also vielleicht verhungern aber das ist ja auch nicht überall boah das könnte schwer werden das könnte sehr schwer werden also das ist und vor allem aber man respawnt da nicht in der Maschine oder? äh ne ich denke nicht wir haben übrigens die Compact Machine Nummer 22 gebaut oh oh was? es gibt schon 21 Compact Machines ja die sind sicher auf die von von Peter und Heiko ja das kann unmöglich sein infinite water sources bräuchte ich noch und Ender Chests infinite water sources Ender Chests ja also weißt du bist weißt du bist weißt du bist hol ich dir sogar ein paar reicht das nicht? ja jetzt lass mal stecken okay okay dann mach ich nochmal 1000 achso ich weiß ja nicht ob die reichen aber vielleicht also ich glaub dass die nicht reichen also die Garnenglottes reichen nicht wie? ne ne ich hab jetzt nur 33 das reicht nicht mal für eine wie viel hast du benötigt? äh mindestens 36 aber eher äh 40 oder 44 glaub ich 44 ist glaub ich einmal schön voll machen ja okay dann werden die kurz hergestellt gib mir eine also wir brauchen insgesamt so 400 oder so oder 500 ja die werden wir noch hinbekommen dafür brauch ich halt jetzt leider Greosort Oil aber ja du hast ja keins weil sich deine alten Kabel von alleine ach komm Mann das ist völlig normal in Mod Packs ich bin so auf die Abstimmung Leute ihr müsst unbedingt bei dieser Abstimmung mitmachen damit ich sie ihm unter die Nase reiben kann bitte Leute ja macht bitte mit aber nur die Leute die auch Mod Packs auf Multiplayer Packs äh auf Multiplayer gespielt haben sonst geht das nicht alle alle meine Zuschauer haben das sicher? ja bin ich mir ganz sicher ich hab ein paar mehr rausgespuckt es werden noch mehr nur die Platten die brauchen ein bisschen okay äh item hast du zufälligerweise auch noch äh ender chests rumliegen ja hey wer hat das nicht also hier du musst tatsächlich ender chests rumliegen ist doch völlig normal ja ja natürlich natürlich dann mach ich gleich mal falls ich mal wieder welche brauche 100 Stück so hier hast du noch die neuen vor allem gibt er mir 41 ender chests ja ich hatte die ja noch übrig habe ich die Conduit Probe brauche ich noch einen Conduit Probe äh weißt du ob man den Fertilizer äh irgendwo rein stopfen kann den Fertilizer rein stopfen kann inwiefern? in der Ender chests oder wie? ne in die Gartenglotsch äh ja bestimmt von der Seite aus also das ist ja völlig egal denk ich mal also über den gleichen Port wie wir es rausziehen? würde ich sagen ja okay so die Folge ist dann doch ein bisschen lang geworden deshalb habe ich die in zwei Parts aufgeteilt äh der zweite Part kommt dann morgen zusammen mit dem Gesamtvideo von Blizzard und da machen wir dann weiter dann soweit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann tschüss los